Willkommen liebe Amok-Lauf-Trainer-Freunde. Mein Name ist Basti und bei mir ist der wunderschöne Dalukat. Hi! Hi Leute! Wir trainieren weiter, wenn man das so nennen kann. Und fangen wieder als Terror an. Fangen wieder als Terror an, ja. Es ist uns auch schon aufgefallen, es ist irgendwie sehr traurig, wenn wir mit dir spielen. Vielleicht ist das ja wirklich Absicht, dass wenn du zu 5 spielst, immer als Terror anfängst. Das wäre super, weil dann würde ich direkt einen rausschmeißen. Ich laufe übrigens einfach nur Sai hinterher und Sai weiß nicht, wo es lang geht. Kann das sein? Ja doch, durch den Crew-Gang oder was? Ja, aber da kommt, entweder camp der hier noch oder die sind jetzt gerade zurück. Dann kommen jetzt aber gleich die Granaten, weil jetzt wissen sie, dass wir hierher kommen. Eigentlich müssen wir jetzt woanders hin. Alle laufen weiter vorwärts. Ich geh mal hier durch die Mitte, der muss hier noch irgendwo sein. Hier steht einer. Ja, hier unten in der Mitte ist er. Ja, friss halt noch mehr. Mann, Mann, Mann ey. 48 Heats oder so. Ja, geh mal die Rampe hoch. Die A ist, A seid stein frei. Ey, kann nicht nur einer sein. Links hinter dir, Cyrus. Zwei Stück aus dem Switcher. Von B. Hö. Sheet. Spannend. Er ist hier in dem kleinen Gang noch drinnen. Er ist angeschossen. Nice, Leute. Wir haben die Runde geholt. Wuuu. Schöne Runde. War eine wichtige. Und jetzt B-Rush. Ja, die haben die Map umgebaut, haben wir eben, äh, völlig verängstigt festgestellt. Und man startet als Terror jetzt unten, hab ich das richtig gesehen? Ja, sieht so aus. Ist das jetzt immer? Also war grad schon mal jemand oben? Weiß es nicht. Vielleicht ist es ja doch ein Zufall. Weil du konntest natürlich auch unten spawnen immer. Ja, hier wurde auch übrigens umgebaut. Das Fenster steht jetzt an einer anderen Ecke. Geht auf den Spot. Go, go. Das Fenster haben sie auch nochmal umgebaut. Mhm. Warte, ich hab keine Ahnung, wo ich mich hinstellen soll und wo ich hingucken soll. Auf die Gänge? Weiß nicht. Mitte. Ah. Wow, wat, 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 wat. Also wieder, ey. Ach ja, bei euch stand irgendwas in den Kommentaren mit Granaten werfen und so. Hab ich gelesen. Fand ich super. Dass wir das nicht können? Nee, weil immer, es war jetzt zweimal so, dass ich der Letzte war und dann so eine gezielte Granate geschmissen hat, stand irgendwie bei euch in den Kommis. Naja, die wissen halt nicht, dass du auch hackst. Ja, ja. Der berühmte Granaten-Hack. Ich suche vorher auf einem iPad aus, wo die hinfliegen sollen. Gibt einfach Zahlen und Koordinaten ein. Ja. Einfach drauf drücken und da explodiert da was. Und nochmal drauf auf den Spot. Nächste Runde haben sie Waffen, dann gehen wir wieder A. Ja. Was geht denn mit dir, ey? Was geht denn mit dir? Was ist denn dein Problem? Ich wollte mal wieder heute ein paar Leute erschießen. Und die Freunde auch. Ich hab keinen Team-Attack gemacht. Bitte. Ja schön. Jawohl. Jawohl. Jawohl, ja. Hey, Mr. Cotton. Dann gehen wir jetzt mal wieder auf A. Jetzt werden sie bestimmt einen mehr auf B abstellen. Und die gehen immer bis. Stupid man. Es ist so rund. Das ergibt ja gar keinen Sinn hier. Es ist so hoch. Und der Kran ist wunderschön. Der Kran ist neu, oder? Ja, echt. Der kann man bestimmt runter snipen, oder? Oh, ich wurde angest... Oh, zwei Leute, der mit einem Schuss getroffen. Heiße, ey. Holt denn euch den Sack. Der ist ein Scout, glaub ich. Ja. Oh, der hat mich auch getroffen. Ich guck mal da hinten. Ach. Wenn noch einer down geht, auf jeden Fall zurück. Ja, das war dann wohl ich. Äh, ja. Ja, ich hab's schon gesehen. Links, links, links. Ich hab's gesehen. Stimmt doch gar nicht. Fick dich. So, der in der Kran. Ach, Mist. 96 in 4. Ist immer traurig. Der hat seine M4 wieder geholt. Der Frost. Gehen wir mal durch die Mitte, also die Rampe hoch. Aber durch den neuen Gang. Den kennen die ja dann auch noch nicht. Obwohl, ne. Die kennen die Map gar nicht. Das heißt, für dich ist das nichts Neues. Ich will jetzt wissen, wie schnell man durch den neuen Gang auf A kommt. Ich glaub, ich lauf dir einfach hinterher. Ja. Das hier funktioniert übrigens nicht mehr so toll. Du kannst hier nicht mehr direkt durchgehen. So. Oh, hier geht's los. Relativ schnell eigentlich. Bombe. Das ist aber sehr verwirrend für die, oder? Ja, oben am Zugang. Oben rechts. Zugang bekommt Molly. Einmal nach links schauen. Da kommt einer. Im Switcher, der ist angeschossen. Ist hinter uns noch einer? Ja, ne? Ja. Irgendwo steht ne AWP oder irgendwie sowas. Ja. Links Henry. Ach was. Ein Treffer, ey. Ja, ich hab das Problem, dass ich ob dieser Map überhaupt nicht weiß, wenn wir irgendwo rauf rennen, wo ich hingucken muss. Deshalb bin ich eigentlich auch sofort tot. Adalo hat noch 2 HP. Das dürfte lang. Für 3 Gegner? Oh. Auf jeden Fall. Dann müssen wir nochmal auf B gehen. Vielleicht haben wir da die für uns besseren Spiele. Kaufen? Äh, zu spät. Hätte nicht geguckt. Ja klar, dann kauf. Hat einer keine Waffe? Ich. Hier. Danke. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Sagt er. Hatte Geld. Schauen wir mal, ob wir wieder auf B kommen. Es steht immer einer in dem Durchgang oben auf der Treppe. Vielleicht hat er sich jetzt mal ein bisschen anders hingestellt. Wenn der rausspringt, guckt nach oben. Und wo habt ihr den auf dem Spot immer gekillt? 2 Stück da oben. Und wo ist der hier immer? Äh. Da. Okay. Wunderbar. Gucken bitte. Guck da irgendwo hin. In Dinge. Bitte. Jawohl. Sehr schön. Irgendwo in einem 4 gesehen? Ja. Hier. Ich habe auch eine. Eine japanische. Machen wir nochmal. Bis sie da was ändern. An ihrer Taktik. Die gute alte japanische M4. Kennt sie nicht. Woran erkennt man, dass sie japanisch ist? Ja nein. Du siehst doch den Namen von wem die ist. Und der eine hat doch da die japanische Schriftzeichen. Achso. Ich dachte sie ist maximal 13 und hat einen Rocker. Ist auch kleiner als die anderen Waffen. Der hat einen ganz kleinen Schalldämpfer. Ja. Ja. Geradeaus durch. Oder hinten links. Angeschossen. Und sie pinkelt. Äh. Hier. Links Gang. Hier. Keine Ahnung wie der heißt. Kommt hinter uns. Ja hinter uns. Hinter Bombe. Der Wedi Wedi Vici. Der steht da noch. Die Bombe sollte zum Spot gehen. Und ein anderer sollte da hingucken. Der kommt rausgerushed ey durchs Feuer. Wow. Durchs Feuer. Ja. Wir haben neulich gestreamt. Äh. Sonntag. Äh. Werden wir diesen Sonntag übrigens auch wieder machen. Falls du Bock hast. Ähm. Und ich hab mein Crosshair geändert. Crosshair geändert. Äh. Und sag mir nicht schwarz. Nein. Nein. Nicht schwarz. Pink. Weil ich hatte es früher auch immer pink. So. Und ich hab's pink. Und ich hab's äh. Auf Dynamic. Ja. Um so ein bisschen. Das Timing zu bekommen. Für. Wann ist die Waffe wieder präzise. Und wann nicht. Mhm. Ja pink ist ganz. Oh. Unten links ist schon einer. Also gehen wir nicht da rein. Mal schauen ob er hier hochkommt. Das hier wäre jetzt ganz neu. Ich sehe ihn aber hier gerade nicht. Nee. Ja. Und ich musste den Stream abbrechen irgendwann. Weil. Das Hauptthema war. Wie kann man denn mit so einem bescheuerten Fuck Crosshair überhaupt spielen. Ich bin Noob und ich soll an Krebs sterben. Das ist immer blöd so was. Der hat nur ne Pistole. Der hat nur ne Pistole. Der hat nur ne Pistole. Ich finde. Der oben rechts im Q Gang. Nee. Hier unten. Pink als Fadenkreuz ist gar nicht so schlecht. Weil es auf allen Hintergründen sichtbar ist. Oben links steht einer. Wahrscheinlich hat es Sinn. Auf dem Spot ist fast down. Er ist down. Und noch einer auf dem Spot hinten links hinter dem Raum wo man rein kann. auch was. Dein Problem. Wie bitte? Ja. Nee. Solltest jetzt nicht rausgehen. Wo ist denn? Was denn? Keine Ahnung. Du hattest ihn ja gesehen. Beziehungsweise er dich auch. Und ihr habt ja beide nicht geschossen. Und du hattest 18 HP. Du hättest ihm ja eigentlich einen One-Shot geben müssen um das Ganze zu überleben. Er müsste dich ja nur irgendwo treffen. Ich spekuliere immer auf den One-Shot. Wenn das irgendwann so weit drauf ist, dass es immer klappt, ist das super. Aber ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit halt geringer. Ja aus Christoph, hast du noch 20 Sekunden. Cutters clear. Nicht nach hinten gucken, egal. Die kommen recht da. Links. Das andere links. Bei der letzte auch noch. Naja. Er hatte... Er hatte aber auch einen guten Vorteil, dass er schon angeschossen war. Oh jetzt... Jetzt hat er wieder... Jetzt ist die Map auf einmal doch gut. Ja ganz genau. Genau das dachte ich auch gerade. Seine Map ist das heute geworden. Ey was sagtest du? B? B? B. Ja ja. Wenn sie... Auf A sind sie halt stärker auf jeden Fall. Wer springt denn da immer so und blockiert dann alles? Der ist der Kiff hier. Kriegt gleich das Messer. Ich bin vorhin auch schon hängen geblieben. Was ist das? Ich mach dich... Ich mach dich Messer. Nee. Nicht Messer um. Kommt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da aufm Spot. Aufm Spot. Aufm Spot hinten. Schön. Links. Von der A. Mitte. Äh. Das andere Mitte. Mr. Cotton. Ach. Rechte Seite noch. Zwei. Einer sitzt rechts. Rechts muss er ja nur noch sein. Ja. Hinter diesem Stein gedöhnt. Ja genau. Ja links. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Oh alter Schwede ey. Eieiei. Das Spannung ey. Mein Gott. Mein Herz. Nochmal B. Ja man startet hier scheinbar tatsächlich immer unten. Ja. Scheint so ja. Ja. Bombe nach vorne ist nicht so geil. Ich weiß aber auch glaube ich warum. Ähm. Du bekommst hier in Go Fallschaden wenn du runter springst. Weil die Höhe einfach anders ist als in 1.6. Genau. Und ich denke es ist einfach zu oft passiert. Dass die Leute nicht richtig runter gesprungen sind. Weil du müsstest auf diesen Heuwagen hüpfen um keinen zu bekommen. Richtig. Und ich denke das war irgendwie ein Faktor um das zu balancen. Hinten am Haus ist noch einer. Ich glaube Fenster musst du gar nicht gucken. Ich glaube da kommst du gar nicht rein. Von außen jetzt. Ne ich will aber gucken. Da ist doch einer. Eier. Warum macht ihr den denn nicht kaputt? Oben steht einer. Oben rechts. Der schießt auf mich. Der schießt auf mich beim Wegen. Ja kommen. 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 Aber er tut ja doch nix schon. Nein. Er hat nicht gekocht tatsächlich. Lass ihn doch ein bisschen schießen. Unreal. Was labert der denn dann dauernd? Ach jetzt weiß. Jetzt kennt er den weiß. Jetzt kennt er. Ja. Noch mal B. Henry hat gerade wie Marge Simpson gelacht. Let's go. Hätt er die Map gekannt, hätte er dich beim Diffusen getroffen. Das war sein größtes Problem. Beim Diffusen? Äh beim Planten. Er hat doch auf dich geschossen und hat dann geschrieben Ich kenn die Map nicht. Hätt er die Map gekannt, dann wärst du weg gewesen. Auf jeden. So war's doch nicht. Er steht bestimmt wieder hinten auf dem Spot oder? Der Frost. Ja. Da war er. Ein Brunnen noch? Also an der Statue? Hey ganz hinten. Ah ja. Am Dixi. B. Da stehen sie nun im Ding. Stehen sie nun und warten. Ja. B ist gut. Und solange die da nix ändern machen wir das jetzt weiter. Ja. In dem Fall. Wir haben dreimal A versucht, haben dreimal verloren. Dann machen wir jetzt B. Wie ich in der Runde mit zwei Abschüssen und Bombplan nicht MVP geworden bin. Ey was ist denn das für eine Scheiße? Wenn die Bombe hochgegangen wär dann? Ja. Bin schon unten. Tyson und alles brennt. Oh er springt voll ins Feuer. Ach. Ah tut er. Die Bombe liegt. Bin schon hinten durchgelaufen jetzt. Ja wir schauen mal ganz gut ob wir da noch wen abfangen können. Ach Mist. Der Frost ist glaube ich hinter dir. McFly. Ja da oben. Meine Reaktion ey wie ein totes Pferd. Einer ist. Einer. Oh. Fick dich. Dracula HD was? Dracula HD ey. Der ist neu ey. Na leider nicht so neu. Echt nicht? Ne hab ich schon öfter gehört. Ich nehm nicht nur Dracuhart. Okay aber ich glaube jetzt haben sie ein bisschen was gelernt. Müssen wir schauen dass wir gleich nochmal woanders hingehen. Also einer hat noch 60 AP und kommt durch die Mitte. Also durch den Gang. Also Switcher A B. Der letzte auch. Der Switcher ey. Komms G rein und geh straight wieder raus. So schlecht ey so schlecht. Das war Hanks. Wie konntest du mich töten? Was jetzt? A B? 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 B. 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 Ja, Mann. Von hinten kommt noch was. Boah, Wichser, ey. Messer ihn. Ich schleich mich an. Ich schleich mich an. Und zack! Ja, Mann! Was? Du hast echt zwei gemessert in einer Bette. Ja. Boah. All unreal, ey. Real stupid. Sicher, ey. Infacke. Nochmal B. Ja, das ist der allseits bekannte Rüstungs-Hack. Der Messer-Hack. Ich mach immer 100 Schaden. Und ja, weil du nach dem Schuss immer noch 65 HP hattest. Rechts ist schon einer. Ah. Ja, boom. Ah, das war Frost. Frost ist meistens der hier hinten auf dem Spot. Von daher denke ich, dass hier... Oh, hier ist auch noch einer. Der Kleine. Kleiner ist immer hinten bei den Dixies. Immer. Ja. Ist abgestochen worden. Danke. Du hast schon wieder eingebessert. Rechts. Jetzt wird's auch alles echt grob lächerlich. Rechts. Noch weiter rechts. Du hast zwei da, ne? Einer. Ganz links. Ganz links jetzt. In dem Häuschen drin. Toller HP. Oh, Chris. Oh nein. Hör auf. Nein. Er hat keinen Diffusal-Kit, ne? Das reicht ja trotzdem sehr. Und wie das reicht. Natürlich. Er hat noch 20 Minuten Zeit gehabt, ey. So, das war's, ne? Jo, das war die erste Hauptzeit. So, ich, äh... Dann mach ich jetzt hier an der Stelle Feierabend. Ne? Gehst du jetzt schon? Ja, genau. Ich hau ab. Sag auf jeden Fall, tschüss, auf Wiedersehen. Besucht unsere beiden YouTube-Kanäle, ja? Verlinkt unten in den Kommentaren oder in der Beschreibung. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.